Der Forschungscampus Timulate ist eine Forschungseinrichtung, die eine private, öffentliche Partnerschaft ist. Das heißt, es arbeiten hier auf Augenhöhe akademische Partner, Industrie und weitere Forschungseinrichtungen zusammen, um Lösungen für Erkrankungen der alten Gesellschaft zu erarbeiten. Insgesamt befinden sich in diesem Forschungscampus Timulate etwa 30 Partner, davon vier akademische Partner und etwa 25 industrielle Partner, hauptsächlich klein- und mittelständische Unternehmen, hauptsächlich auch hier aus der Region. Von daher ist diese enge Kooperation von Industrie und Universität hier im Forschungscampus Timulate per excellence gelöst. Was ist die Forschungscampus? Der hier in Magdeburg existiert, sich mit Bildgebung, auch mit Bildgebung Magnetresonanz beschäftigt und wir durch die Kooperation ein gutes Potenzial haben, unsere Entwicklungsprojekte voranzubringen. Für uns das Besondere, im Forschungscampus Timulate zu arbeiten, ist die Nähe. Wir sind ja quasi direkte Nachbarn. Das macht es für uns sehr einfach, dass die Mitarbeiter in beiden Komplexen, also einmal bei uns im Unternehmen oder auch bei Timulate arbeiten, was die Projekte, die wir gemeinsam durchführen, halt deutlich einfacher realisierbar machen. Das Arbeiten am Forschungscampus Timulate zeichnet sich vor allem durch die große Bandbreite an Fachgebieten und Expertisen aus. Von der Grundlagenwissenschaft, der Physik, den Ingenieurwissenschaften, der Elektronik, Mechanik bis hin zu den medizinischen Kompetenzen, aber auch der Kompetenzentwicklung nachher in eine Produktion umzusetzen, der Industriepartner, decken wir somit eine große Breite ab. Jeder Einzelne lernt jeden Tag was Neues hinzu. Und es macht jeden Tag Spaß, mit verschiedensten Personen, insbesondere mit sehr vielen jungen, motivierten und engagierten Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Das Besondere am Forschungscampus ist, dass wir uns hier mitten im Magdeburger Wissenschaftshafen befinden. Im Zentrum des Wissenschaftshafens haben wir unser neues Gebäude, unser Stimulate-Gebäude. Hier unter dem Dach des Forschungscampus finden wir ausgezeichnete technische Einrichtungen, Großgeräte, eine Ausstattung, welche in Deutschland recht einmalig ist. Und das führt dazu, dass die Arbeit hier in dem Forschungscampus extrem spannend, motivierend und anregend ist. Stimulate schafft es, das Potenzial junger Leute mit ihrer Innovationsfähigkeit und der Umsetzung dieser Potenziale in Startups, in jungen Unternehmen zu vereinigen. Und das macht Stimulate mit dem Wissenschaftshafen in Kombination zu einem Zukunftsort. Stimulate mit Stimulate mit Stimulate-Gebäude